Hallo und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 29. März 2020. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Warum lachst du jetzt? Weil du es so extra, extra, extra betont hast. Ja, aussteht es etwa nicht? Ja. Ja. Vielleicht. Ja, wir sind wieder zurück. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, aufgrund der gegebenen Umstände, nicht mit einem Kinofilm im Gepäck. Nein. Ist momentan eher schwierig. Kinofilm ist over. Kinofilm ist erstmal over. Zum einen natürlich, weil die Kinos geschlossen haben, aufgrund des C-Wortes. Das böse C-Wort. Und, naja, weil natürlich auch ein um die andere Produktion verschoben wurde. Eben auch aufgrund dieser Lage. Aber es war eh schon so, dass wir, also selbst wo sie noch nicht geschlossen waren, haben wir schon gesagt, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gut ist, sich in den Kinosaal zu setzen. Und haben von uns aus schon das ein oder andere abgesagt. Ja. Also nicht offiziell. Also wir wären auch nicht gegangen, als wir noch gekonnt hätten. Genau. Also du hast es jetzt in einem Satz gesagt und ich habe ihn da voll ausgeholt. Ja, aber das ist ja quasi die passende Gelegenheit, um mal wieder einen Serien-Eintopf zu präsentieren, zu köcheln. Yay! Und der letzte ist ja auch schon ein ganzes Weilchen her, fast ein halbes Jahr, am 6. Oktober 2019. Obwohl wir uns damals schon vorgenommen hatten, das öfter zu machen. Dafür gab es aber in der Zwischenzeit auch jede Menge andere Episoden. Also wir haben da, im Januar waren wir sehr, sehr fleißig, als ob wir es geahnt hätten. Ja, 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 nein. Und wir werden das auch wieder so machen wie beim letzten Mal. Das heißt, wir machen jetzt keine, wir haben jetzt keine Top-Ten-Liste erarbeitet, jeder von uns, sondern wir haben einfach so die letzten sechs Monate mal durchforstet, was bei uns da so am meisten hängen geblieben ist. Und haben eine Liste erstellt, die wir jetzt aber auch nicht in Werten der Reihenfolge präsentieren werden, sondern einfach alphabetisch und einfach unseren Senf dazugeben. Wir, ja, habe ich noch was vergessen? Nein, alles gut. Genau. Die Links zu den einzelnen Serien findet ihr natürlich dann später in den Shownotes. Darauf, glaube ich, müssen wir nicht immer ständig verweisen. Doch, weil es kann doch sein, dass jemand zufällig neu dabei ist. Ach so. Hallo, erst mal. Ja, das gibt es doch auch, oder? Ja, schon. Wir hoffen, es ist was für euch dabei, was euch jetzt über die kommenden Wochen bringt. Es ist auch einiges dabei, das ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr uns öfter hört, weil wir natürlich zwischendurch immer wieder mal Serienempfehlungen aussprechen. Das heißt, hier gibt es vielleicht die ein oder andere Wiederholung. Das macht aber nichts, haben wir uns gedacht. Es repräsentiert halt einfach den Querschnitt der letzten sechs Monate, beziehungsweise das, was wir als besonders sehenswert erachten, würde ich sagen. Jo, dann darfst du gleich mal mit dem ersten Kandidaten auf unserer Liste anfangen. Okay, und zwar, genau, Alfred Carbon und da haben wir… Das Unsterblichkeitsprogramm, heißt das auf Deutsch. Genau, Unsterblichkeitsprogramm oder auch die Takeshi Kovac Chronologie, Chronik. Naja, so heißen die Romane. So heißen die Romane, ja, aber, ja, genau. Die ich im Übrigen gerne lesen würde, aber sie gibt es gerade nicht. Nee. Nicht alle zumindest, genau. Egal, also da läuft nämlich aktuell die zweite Staffel seit, ich glaube im Februar ist es angelaufen, Ende Februar. Und da haben wir natürlich dann gleich zugeschlagen. Läuft bei Netflix. Und dieses Mal, wobei, da muss man jetzt aufpassen. Nee, nee, passt schon. Passt es? Ja, auch auf dem Plakaten. Na gut, okay. Und zwar zu dem Prinzip von, also es ist ja eine Science-Fiction-Serie, nur mal so by the way. Und da ist es so, dass die, quasi die Seele oder… Das Bewusstsein. Das Bewusstsein kann man halt, oder ist gespeichert in so einem… Stack. So einem Stack oder Chip oder wie soll man es sagen. Und der ist halt im Nacken hinten, genau. Und so ist es dann halt auch möglich, über die Jahrhunderte auch immer wieder andere Körper zu benutzen. Sleeves, wie sie jetzt nennen. Sleeves, genau. Und da ist es nämlich auch so, dass der Hauptdarsteller von der zweiten Staffel halt ein anderer ist wie in der ersten Staffel. Und zwar dieses Mal ist es der Anthony Mackie, bekannt aus dem Avenger… Avengers Universum. Universum, genau. Als The Falcon. Genau. The Falcon und The Winter Soldier. Eine Produktion, nächste Produktion auf Disney+. Ja, genau. Und dann haben wir hier noch Simone Missick. Das ist dann die… Die schwarze, die… Die schwarze. Die mit diesen… Ja, ja. Die kennt man auch aus Luke Cage. Ja, genau. Aus der Serie. Und Chris Conner hast du noch aufgeschrieben. Ja. Ist es der? Ist es der? Ich weiß es nicht. Ist es der? Ich habe einfach die ersten drei Namen rauskopiert. Super. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall die drei. Von der Bewertung… Also wir haben jetzt hier nur Rotten Tomatoes rausgefischt. 76% Tomatometer und 63% Audience Score. Was… Ja, vielleicht… Vielleicht verstehen die Leute die Serie einfach nicht. Keine Ahnung. Es ist so, dass das ist der Durchschnitt… Also der Durchschnittswert quasi über die gesamte Serie. Die zweite Staffel ist deutlich besser bewertet als die erste tatsächlich. Okay. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Und ja, sagen wir es mal so, ich würde jetzt Altered Carbon, ist schon so, ist jetzt keine Serie, die ich kompromisslos jedem vorbehaltlos empfehlen würde. Ja, das stimmt. Weil da schwingt schon einfach sehr viel Liebe zur Science Fiction mit bei mir, bei uns. Ja. Weil dieses Setting einfach absolut grandios ist und auch diese Welt mit diesen Sleeves und den Möglichkeiten, die sich dadurch eben ergeben. Es ist halt einfach eine wahnsinnig. Es ist halt einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte und man, also mir oder uns hat es halt unglaublich viel Spaß gemacht, halt in dieses Universum halt einzutauchen, weil es halt komplett, ja jetzt nicht komplett was Neues. Man hat natürlich immer so ein bisschen das Gefühl, da schwingt so ein bisschen Blade Runner mit. Ja. Ja. Werner mochte, der wird Altered Carbon lieben, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, also da ist man dann auf jeden Fall gut aufgehoben, wenn man das mag. Ja, und das ist halt, ich finde halt, wie du schon sagtest, es ist ein Stück weit originell einfach das Setting und unverbraucht. Ist es jetzt die beste Science Fiction Serie aller Zeiten? Ganz sicher nicht. Es sind immer noch, also manche Dialoge sind einfach ein bisschen hölzern, manche, da hast ja immer wieder mal ein paar so Logiksprünge drin und so. Also es ist ein perfektes Ding, aber es ist gut genug und also sehr, sehr unterhaltsam und einfach, wie man im Neudeutsch sagt, ein sehr überzeugendes World Building. Also sie bauen da einfach eine sehr überzeugende Welt auf, basierend auf diesen Romanen vom Richard Morgan, jetzt habe ich noch nicht nachgeguckt, wie er heißt. Ich glaube Morgan, ja. Irgendwas mit Morgan. Ja. Und der… Wahrscheinlich noch irgend so ein F-Punkt oder… Genau, Takeshi Kovac, basierend auf Richard K. Morgan heißt der. Genau. Ja, der hat die Romane geschrieben, da gibt es ein paar und auf diesen Romanen basiert die Umsetzung, die ist, ja, sehr, sehr gut. Ich würde aber auch, ich glaube bei der ersten Staffel haben wir damals schon die Empfehlung ausgesprochen, dass wir die auf Englisch gucken, eine der wenigen Serien, die wir auf Englisch gucken, weil wir die deutsche Synchro unerträglich fanden. Ja, und auch hier wieder haben wir gleich umgeschalten. Oder ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt ausprobiert haben. Wir haben es gleich auf Englisch. Und ich meine, es macht auch wirklich auch hier wieder Spaß und der Anthony Mackie hat auch wirklich eine ganz tolle Stimme. Ja, und der ist vor allen Dingen auch ein guter Schauspieler. Ja, er ist wirklich ein super Schauspieler. Ich mochte den sogar lieber als den Kinnaman aus der ersten Staffel. Ja, ich meine so fürs Auge macht der Joel halt ein bisschen mehr her. Ja, kommt davon auf, was man jetzt so steht, oder? Ja, und ich meine, das ist halt von der, ja, er hat halt schon sehr ein Auge an den Blick. Also das hat der Anthony Mackie jetzt nicht so drauf. Der ist ein bisschen netter. Also er sieht netter aus. Und der Joel hat halt wirklich so ein, der guckt halt immer wie so ein angepisstes Arschloch. Aber wie gesagt, so eben diese, die Möglichkeiten, die sich der Richard K. Morgan da ausgedacht hat, eben mit dieser Grundprämisse, dass man eben das Bewusstsein transferieren kann, wie Daten halt, das ist schon sehr, sehr cool. Und da sind ein paar echt gute Einfälle drin, jetzt auch wieder in der zweiten Staffel, wo es sich im Prinzip auf die Heimatwelt verlagert, also auf den Ursprung dieses Materials, aus dem die Stacks gebaut sind, also diese Chips oder Speicher-Singer. Ich glaube, so kann man es am besten erklären. Die man da im Nacken trägt, wo das Bewusstsein quasi mit oder zwischen gespeichert wird. Und ja, auch schon in der ersten Staffel ging es ja auch um eine Rebellion, die damals stattgefunden hat, quasi von einer Gruppe um eine Frau, die Kyle Christ Falconer, die da, ja, sich gegen dieses Speichern oder gegen dieses, ja, quasi unendlich verlängerbare Leben halt ausgesprochen hat. Ja, ist, wie gesagt, ist eine total geile Welt. Wenn ihr auf Science-Fiction steht und auf gut gemachte Science-Fiction, gibt Altered Carbon in jedem Fall eine Chance. Wir fanden sie sehr gut, zweite Staffel, gefiel mir persönlich sogar besser noch als die erste. Ich finde die beide super, also da kann ich jetzt irgendwie schlecht. Die Waage ist im Gleichgewicht, würde ich sagen. Apropos Waage-Fortsetzungen. Waage-Fortsetzungen. Ja, wir haben ja noch eine Fortsetzung oder eine weitere Staffel einer Serie geguckt. Ja, das ist, das zieht sich sowieso wie so ein roter Faden durch. Wir haben kaum neue. Wir haben kaum neue, also verzeiht es uns. Also wir gucken natürlich, also wenn wir eine Serie toll finden und es gibt dann die nächste Staffel, dann ist klar, dann muss weitergeschaut werden. Ist ja auch gut, dass wir bedient werden, also dass es halt möglich ist, dass da weitergeht. Genau. Und in dem Sinne kommt gleich die nächste Serie. Genau, und zwar Babylon Berlin. Eine der wenigen deutschen Produktionen, die uns wirklich, wirklich begeistern, nachhaltig begeistern, auch in der dritten Staffel weiterhin begeistern. Die könnt ihr, wie gehabt, auf Sky gucken. Wir haben da halt über Sky Ticket geguckt, was ja im Prinzip so das digitale Streaming-Pendant ist zu Netflix, Amazon und Co. Und ja, ich glaube aber, das ist ja so eine Co-Produktion. Ich glaube, dass die im deutschen Fernsehen auch irgendwann mal ausgestrahlt werden, so wie die letzten auch. Ja, im ersten glaube ich. Oder ich glaube, dass das parallel teilweise lief. Ich weiß es nicht. Da haben wir ja auch gar nicht geguckt, weil wir da eigentlich so gut wie nie normales Fernsehen mehr gucken. Insofern wissen wir jetzt da gar nicht Bescheid. Aber wir wissen, dass die ersten zwei Staffeln haben wir in der Mediathek geguckt, zum Beispiel gar nicht auf Sky. Ja, da haben wir es nachgeholt. Genau, und die wird sicher auch die dritte irgendwann mal öffentlich erhältlich sein. Also müsst ihr euch jetzt wegen dem, nur wegen dem, noch kein Sky Ticket klicken. Es ist keine bezahlte Werbung hier. Spoiler, es kommen allerdings noch ein paar Serien, die es dann vielleicht wert sind, dann doch mal für einen Monat oder zwei sich so ein Sky-Abo, Streaming-Abo zu holen. Und nur mal so, by the way, auch hier wieder keine bezahlte Werbung. Dadurch, dass halt die Situation gerade ist, wie sie halt ist und man weiß halt einfach, dass viele Leute gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, sind natürlich auch hier gewisse Angebote und Sky ist zum Beispiel, also weil ich kriege das halt immer so reingespült, auch wenn wir Kunde sind. Und zwar gibt es halt das ein oder andere Angebot. Also macht es vielleicht doch mal Sinn, jetzt vielleicht für ein, zwei Monate sich das halt so zuzulegen für einen super, super, super günstigen Preis. Vielleicht sind ja die Empfehlungen unsererseits auch mit ein Grund oder Überzeugung, dass ihr das mal versucht. Ja, Babylon Berlin, um was geht es da in der dritten Staffel? Es wird halt mit den gleichen Figuren im Prinzip ein neuer Fall aufgerollt. Ja, es ist wieder ein Kriminalfall, also wirklich, es ist mehr Krimi wie letztes Mal. Ja, wobei die ersten zwei Staffeln ja aufeinander aufgebaut haben und die dritte jetzt relativ eigenständig daherkommt. Das heißt, ein neuer Kriminalfall. Das alles vor dem Hintergrund des ersten schwarzen Freitag, also einer großen Börsenkrise. Das war jetzt nicht der schwarze Donnerstag. Schwarze Donnerstag. Neulich hatten wir erst eine Folge zur Börse bei, ja, eines Börsensturzes, Börsencrashs. Wie immer spielt mit natürlich der Volker Bruch als Kommissarat, die Lisa Fries. Überragend. Als, wie heißt sie? Ich weiß nicht, aber sie ist toll. Sie ist wirklich toll. Dann bekannter Gesichter wie der Lars Eidinger, großartig. Der auch toll ist. Ja, Hannah Hetschbrug und Benno Führmann. Der ist auch toll. Also sind eigentlich alle toll. Also da ist wirklich, finde ich, die aktuelle Crème de la Crème der deutschen Darsteller dabei. Ja, ich mag den Eidinger. Nur Jürgen Vogel nicht. Ja, nur Jürgen Vogel ist nicht dabei. Bleibt treu, ist auch nicht dabei. Ja. Ja, trotzdem eine großartige Serie, zu der es leider noch keinen Rotten Tomatoes Score gibt, weil es ja keine internationale Serie ist, aber eine IMDb-Bewertung von 8,4 spricht da schon Bände. Ja, absolut. Ja, die könnt ihr euch jederzeit geben. Falls ihr es noch gar nicht gesehen habt, natürlich solltet ihr die ersten beiden Staffeln vorher gucken. Also wo wir die dritte Staffel geschaut haben, weil ja gerade ein Handlungssprung ja auch ist, wie die Nazis versuchen, sich da einzuschleichen und manche dann halt schon auch wissen, was sie sind, nicht hinter ihnen stehen, aber so denken, ja, die kann man jetzt mal mitbenutzen. Und irgendwie, wir wissen ja alle, was daraus geworden ist, die haben nämlich dann die benutzt und sind dann nämlich an die Macht gekommen und, was heißt lustigerweise, parallel lief dann auch das Drama in Thüringen und hinter dem Hintergrund haben wir zu der Zeit auch Babylon Berlin gesehen. Achso, du meinst, das ist diese Landtagswahl. Ja, diese Landtagswahl, genau. Ah ja, Drama, es ist eigentlich das Drama von Thüringen. Also falls es mal ein Theaterstück gibt, so soll es dann heißen. Ja, da gibt es ja hin und öfter mal Drama dort, aber egal. Ja, das ist wirklich, und das waren dann die Parallelen, die waren dann halt einfach auch wieder so allgegenwärtig und es war dann schon, ja, teilweise auch wieder sehr gruselig mit anzuschauen. Deswegen nochmal so als Funfact, not Funfact. Ja, dann, das war ja der zweite Streich aus unserer Liste. Willst du denn mit dem dritten weitermachen? Ja, und zwar, das ist die letzte, also die vierte und letzte Staffel von Mr. Robot. Die kann man auf Amazon Prime sehen. Schon mehrfach von uns im Fall. Also es ist halt einfach von uns eine, ja, All-Time-Favorite-Serie und ja, auch hier, das war natürlich, ja, mit so einem Tränchen im Auge auch geschaut, weil man jetzt einfach Abschied nimmt und ja, es ist ein würdiger Abschied und es ist wieder... Mindfuck. Mindfuck at its best. Also da sind wieder Episoden dabei, da denkt man wirklich so, wow, also jetzt, jetzt kann ich ja eigentlich sterben, ich habe alles Gute schon gesehen. Der Sam Esmail ist da wirklich absolut in Topform und er liefert halt mit der vierten Staffel, ja, einen fulminanten Abschluss. Ja, finde ich. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt mit der vierten mal wieder, oder ich hatte mit der vierten mal wieder so ein bisschen mehr Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. Das ist so eine Serie, die echt dazu geboren wurde, dass man sie irgendwie im Stück durchbincht. Ja, eigentlich schon, ja. Also so vier Staffeln, weil die, ja, einfach viele Figuren vorkommen, vor allen Dingen jetzt gerade die vierte Staffel sehr viel wieder Bezug nimmt auf Ereignisse aus allen vorangegangenen Staffeln. Ja, das ist schon fies, gell? Ja, was ich total gut finde, aber, und zum Glück auch immer wieder mit Rückblenden angedeutet wird, weil sonst würde es überhaupt nichts mehr peilen. Nee. Aber gerade das hat mir mal wieder gezeigt, dass es eigentlich cool wäre und wohl dem, der es überhaupt nicht gesehen hat und jetzt erst einsteigt, der kann das nämlich machen, einfach mal alle vier Staffeln Mr. Robot durchbinden und glücklich sein, weil, ja, weil man da nicht so viel Zeit vergeht dazwischen und man einfach bei der Stange bleiben kann. Ja, weil das, also wenn wir das jetzt nochmal angucken würden, das ist halt, also wir sagen auch immer wieder, also wir gucken vielleicht das nochmal an oder das nochmal an und dann, ja, dann kommt halt wieder die nächste Serie ins Haus und dann denkst du so, ah, jetzt wolltest du doch, aber man hat eigentlich gar keine Zeit, um manche Serien einfach nochmal anzuschauen. Also, wolltest du auch mal Breaking Bad nochmal anschauen? Ja, wir nehmen uns die auch nicht und es ist halt auch einfach so, dass es viel zu viel gute, immer wieder gute neue Sachen gibt, die wir, ja, warum nicht? Also, falls mal irgendwie eine Durststrecke käme, wäre das eine Serie, die man in jedem Fall wiederholen könnte. Die Darsteller habe ich ja noch gar nicht erwähnt und zwar der Mr. Robot, Rami Malek, der nächste. Das ist ja nicht der Mr. Robot. Ich weiß, aber. Achso, das klang jetzt so. Ja, das wollte, Entschuldigung, also Darsteller nochmal, Rami Malek und der aktuelle Bond-Bösewicht, das wollte ich sagen, der irgendwann im Herbst kommt. Ja, Bohemian Rhapsody. Und Bohemian Rhapsody, also Freddie MacLean. Kennt er. Genau, kennt ihr. Christian Slater kennt ihr auch, das ist ja auch schon ein Urgestein, der aber sehr, sehr lange weg vom Schuss war und jetzt ist er wieder da. Ja, das ist seine Serie, sein Sumbag, der produziert das auch mittlerweile oder hat die letzten Staffeln mitproduziert. Und B.D. Wong kennt man auch. Das war der Wissenschaftler aus Jurassic Park. Ja, genau. Der mit dem Ei. Der spielt auch großartig, diesen Transvestiten. Ja. Ja, fantastisch. Oder, nee, Cross, wie nennt man das nicht Transvestit? Cross-Dresser? Gibt es da so einen Ausdruck? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, hier die Bewertung spricht halt auch echt Bände und zwar der Tomatometer ist auf 94 Prozent und der Audience-Score ist auch auf 94 Prozent. Sind sich Kritiker und das Publikum mal einig, dass das eine grandiose Serie ist. Wahnsinn, dass man sowas noch erleben darf. Zu sehen kostenlos auf Amazon Prime Video, könnt ihr euch geben, ist eine grandiose Serie. Immer noch. Immer noch. Aber jetzt ist es vorbei und dementsprechend gibt es wieder Neues. Ja. Ich freue mich trotzdem, wenn er mal wieder eine neue Serie macht, weil das Homecoming, vielleicht gibt es da, soll ja auch eine zweite Staffel, ist ja auch von Sam Esmail. Wäre ja auch cool. Ja, dann haben wir auch wieder eine Serie weitergeguckt und zwar eine, die uns prinzipiell schon ein paar Jahre begleitet und jetzt quasi so eine Art Ableger bekommen hat. Also begonnen hat es seinerzeit mit Narcos, einer Geschichte rund um kolumbianische Drogenkartelle, um im Mittelpunkt dann natürlich Pablo Escobar und Scali-Kartell und das Medellin-Kartell. Und jetzt oder bereits jetzt in der zweiten Staffel zu sehen sind die mexikanischen Drogenkartelle, nämlich in Narcos, Mexiko. Und da hat uns die erste Staffel schon sehr, sehr gut gefallen. Also wenn einem Narcos gefallen hat, dann gefällt einem auch Narcos, Mexiko. Also soviel sei mal sicher. Und das ist eine Serie, die könnt ihr wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, im englischen Original gucken, weil 90 Prozent der Dialoge sind sowieso auf Mexikanisch und mit Untertiteln. Also sind die paar Fetzen englisch, die da noch dazwischen kommen, vollkommen egal. Und es ist eh besser. Also ich weiß nicht, die haben echt tolle Stimmen auch wieder. Also die Hauptdarsteller, die haben auch immer, das ist der Scott McNary dieses Mal. Scoot McNary. Zum DA-Agent. Genau, der hat auch echt eine Wahnsinnsstimme im Englischen und der erzählt halt aus seiner Sicht die Dinge. Und der Diego Luna als Feliz. Angel Feliz. Angel Feliz. Gaillard, na wie ist der Gaillard, oder? Ja, die Namen, das ist schon ein bisschen. Wie sie sich immer ansprechen, ne? Ja, das ist sowieso unterschiedlich. Und auch diese ganzen verschiedenen Plazas. Plazas. Ja, ja, die Plazas, ja. Weil wir sind ja jetzt, also das beruht ja alles aus Wahnbegebenheit, das muss man ja noch mit dazu sagen. Und zwar, vielleicht fällt auch der ein oder andere Name, wo ihr denkt so, hey, boah, da habe ich doch in den Nachrichten was drüber gehört und, weil da fallen dann zum Beispiel auch so Namen wie Chapo und, und dann ist dann gleich so, wow, wow, kenn ich, kenn ich und, ja. Man muss, man muss. Und denen ihre Geschichte wird das halt quasi erzählt und das baut halt wirklich aufeinander aus. Also wir sind jetzt gerade. Parallel, glaube ich, zu den, zu ersten, also zu der Narcos-Serie spielt es parallel. Genau, weil wir sind jetzt in Mexiko und parallel läuft halt auch quasi geschichtlich das Kolumbien, genau, mit Kali und Medellin, die zwei Kartelle. Miguel Ángel Feliz Gallardo heißt der. Ei, ei, ei. Der, der das Guadalajara Kartell in den 70ern kontrolliert hat. Ich probiere es jetzt nicht. Oh mein Gott. Guadalajara. Guadalajara. Ja. Ja, doch, war nicht mal so schlecht. Ja, es ist echt ein tolles Ding. Wie gesagt, die zweite Staffel hat uns da nicht enttäuscht. Es ist genau wieder von der Atmosphäre her einfach toll, tolle Schauspieler, tolle Dialoge. Aber es ist eindeutig keine Serie, wo man so kurz vorm Schlafen, also, weil, also, da sind unglaublich viele Handlungsstränge, es sind unglaublich viele Schauplätze, also Handlungsstränge, Schauplätze und unglaublich viele Personen natürlich. Und, also, die ersten zwei Folgen, das war dann schon so, oh mein Gott. Plus Untertitel. Plus Untertitel. Und, äh, ich weiß noch, du hast, warst das nicht in der ersten Folge, wo du dann gesagt hast, so, okay, also jetzt noch einen Ortswechsel und du flippst aus, oder wie war das? Ja, ja. Und es ist halt wirklich so, eck, boah, jetzt wirklich, ihr kriegt doch alles gar nicht in die Birne, jetzt hört doch mal auf hier. Und da muss man halt wirklich, wirklich aufpassen. Also, sonst, ja, sonst macht es halt keinen Spaß. Weil sonst verlierst du halt auch den Faden, verlierst den Zugang zu den Personen und das ist halt einfach wichtig, dass du mit der, die Geschichte halt dann auch erleben kannst, weil das ist ja schon auch, ähm, schon auch ein Erlebnis. Ja, man muss ja dazu sagen, dass es, äh, ist jetzt keine Doku, keine Dokumentationsserie, sondern es ist schon eine fiktionalisierte Serie. Ja, die passen es schon ein bisschen an. Ja, weil die wissen ja nicht im Detail, was passiert ist, aber es ist schon stark in geschichtlichen Ereignissen verwurzelt, was man ja auch immer wieder sieht mit, ähm, Einblendungen aus den, aus den Nachrichtensendungen und so weiter. Willst du sagen, Netflix war nicht live dabei? Nein. Ja, nee, das könnte man ja meinen, dass es eine Doku ist. Ja, ja, nein, nein, in dem Falle nicht. Aber es ist keine Doku, es ist tatsächlich eine fiktionalisierte, äh, fiktionalisierte historische Ereignisse, ähm, aber wirklich, wirklich gut geschrieben und das mag ich einfach so an der Serie, dass man halt auch immer wieder mal geschichtlichen Kontext dazu bekommt, und, ähm, einfach Dinge, die man, ja, ich sag mal, als Nicht-US-Amerikaner gar nicht so mitbekommen hat. Also diese ganzen, diese ganze Drogenkrieg, ähm, und auch USA, Mexiko, Kolumbien. Ja, also wir als Europäer halt einfach. Ja, als Europäer einfach selten, also klar weiß man, dass es das gibt oder gab, aber so die Details, keine Ahnung, und da ist halt Narkos echt eine sehr unterhaltsame Geschichtsstunde, wenn man das so sagen darf. Ja, falls ihr jetzt noch nicht überzeugt seid, dann weiß ich nicht, wann dann. Ja, dann. Dann interessiert es euch wirklich nicht. Nee, dann, ja, dann halt nicht. Nächste. So, bin ich wieder dran. Mhm. Okay. Und auch hier wieder eine zweite Staffel, und zwar, ähm, meine, da haben wir jetzt schon ein paar Mal, ich glaube schon zweimal geschwärmt, und auch dieses Mal. Und schwärmen wir halt ein drittes Mal. Weil die Serie Sex Education auf Netflix einfach eins der besten Serien ist, die man zurzeit einfach jetzt gerade sehen kann und auch in Zukunft sehen kann, weil es wird ja auch mehrere Staffeln geben. Und, ähm, ja, das ist einfach toll. Das ist, äh, lustig, es ist herzerwärmend, es ist, ähm, ja, auch, auch mitreißend, weil die Charaktere haben halt wirklich, also alle, also ich finde schon auch alle ans Herz wachsen. Auch die, von denen man es am Anfang nicht glaubt. Ja, wo du auch denkst so, wow, was ist das für ein Arschloch? Und am Ende so, ja, dann drückt es dann doch mal ein Tränchen raus wegen ihm. Und es ist dann halt, ja, es ist wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Es ist, vom Humor her, es ist halt, ja, schon ein bisschen so ein trockener englischer Humor, ähm, ja, auch die eine oder andere, ähm, also für Brüde ist das natürlich jetzt, glaube ich mal, nix. Die eine oder andere Sexszene ist natürlich auch dabei und, ähm, da werden auch Sachen besprochen, die würde man nicht mal seinem Tagebuch vielleicht anvertrauen. Also da wird auch kein Blatt vom Mund genommen und, ähm, was auch gut so ist und ich habe mich halt mit meinen bald Mitte 40 halt gefragt, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn diese Serie in meiner Teenager-Zeit gewesen wäre. Ja, also, ähm, ich glaube, was Besseres kann man eigentlich dem Teenager in dieser Welt gar nicht antun und, äh, als diese Serie. Ja, also, also, man muss ja nicht mit, es ist ja immer so, mit Eltern wäre es vielleicht ein bisschen peinlich. Also, man kann ja sagen so, okay, Kindchen, du gehst jetzt in den Raum und du guckst es und ich gehe in den Raum und du guckst es. Aber es ist wirklich, also, das hilft so ungemein, weil halt wirklich über gegwählige sexuelle Spielarten halt gesprochen wird, ähm, ja. Und, ja, es ist halt in Ordnung, es ist einfach okay. Genau, mit einer Ungezwungenheit und einer, einer, ja, einfach, einfach, wir haben es, glaube ich, eh schon mal erwähnt, als wir das erste Mal davon geschwärmt haben, dass das einfach so angenehm, ja, einfach so eine angenehme Art ist, mit Sexualität umzugehen und eben diese Botschaft, und das haben wir sicher schon mal erwähnt, so, es ist okay. Es ist okay, so wie du bist, ähm, egal wie du bist, ähm, und, äh, das, das ist eigentlich eine schöne Botschaft, die man auch heutigen Teenagern gerne mitgeben würde. Und warum nicht über eine Serie, ähm, also, wenn ihr einen pubertierenden Teenager zu Hause habt, dann lasst ihn bitte Sex Education schauen, habt da keine Scheu davor, ähm, es, es, es ist jetzt nicht, äh, Sex Education, also der Titel ist jetzt nicht, ähm, Programm, also, es ist jetzt kein, ich finde nicht, dass, dass die Serie jetzt quasi einen Sexualkunde unterricht, äh, ersetzt, aber, ähm, ich finde schon, dass es halt, na, nee, es ist halt einfach eine schöne Ergänzung. Ja, ja, natürlich, aber es gibt, wenn er schon manchmal Sachen erklärt, wo du denkst, ja, ich glaube, das hätte es jetzt im Sexualkunde Unterricht nicht gehabt. Ja, ganz sicher nicht. Ja. Nee, ist echt ein tolles Ding. Ich sag jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, was du sagst. Schaut's euch selber an! Die nächste Serie darfst auch du vorstellen, aus Gründen. Äh, ja, ich hab jetzt aber bei der anderen Serie die Darsteller gar nicht erwähnt. Achso, ja, dann noch. Dann noch ganz schnell. Äh, Aza Butterfield, Gillian Anderson, New T. Gattwa. Mhm. Und wir haben einen Tomatometer von 94 Prozent. Und keinen Audience-Score. Und keinen Audience-Score. Keine Ahnung. So, und ja, äh, die nächste Staffel, ähm. Nächste Serie. Die nächste Serie, genau. Und zwar, ähm, auf Amazon Prime, äh, The Handmaid's Tale. Die zweite Staffel. Zweite Staffel? Zweite Staffel. Die hab ich geschaut. Und zwar, weil, ähm, du die Serie irgendwie nicht so magst. Warum auch immer. Äh, ich das nicht ganz verstehe, weil wir haben eine Dystopie, ähm, ja, vielleicht, weil es vielleicht mehr für Frauen ist. Ich weiß nicht. Ich, ich hab ja damals bei der ersten, die erste Staffel, glaub ich, gar nicht fertig geguckt. Oh. Haben wir die fertig geguckt? Ja. Äh, ich hab gesagt, ja, weil du sie gekauft hattest. Und ich hab gesagt, okay, aber die zweite muss ich jetzt nicht weitergucken. Ähm. Ich kann dir, ich kann da, glaub ich, nicht den Finger drauflegen. Es sind so ein paar Sachen, die mir nicht, die mir nicht schmecken. Es ist so ein, äh, sie ist langsam erzählt, gut geschenkt. Es sind viele Serien, die ich mag. Ähm, großartige Darsteller. Eigentlich, wie du schon sagtest, so eine, so eine Art Dystopie, die, solche Themen liegen mir eigentlich. Aber irgendwas an dieser Serie mag ich nicht. Und vielleicht ist es sie. Aber sie ist so, äh, sie ist da hammer. Also sie ist eine großartige Schauspielerin, aber vielleicht ist es einfach, weißt du, man hat manchmal so unerklärliche Antipathien gegen Leute. Und ich kann's dir nicht sagen, warum mir diese Serie, also, und ich hab immer so das Gefühl, ähm, die Serie und natürlich auch die, die Figuren, sie lässt sich, also viel Zeit, um sich in ihrem Leid zu suhlen, um es mal so auszudrücken. Also es ist halt schon, aber es ist halt so, wow, ne, und, und es ist halt, es ist halt einfach furchtbar, ja, was diesen Frauen da widerfährt. Und, und es ist halt, es ist halt ständig. Ja, und in der ersten Staffel gab's halt echt kaum irgendwie einen Hoffnungsschimmer. Und vielleicht, man wird, ändert sich das ja an der zweiten, aber, und immer wieder kriegen sie eins drauf. Okay, dann ist es gut, dass du die zweite Staffel nicht geschaut hast, weil, ähm, ja, die Welt, wie sie da beschrieben wird, ähm, ist so, dass, äh, es einfach, also dieses Gil, Gil, äh, Gilgert, ähm, das ist quasi Nordamerika, ein, ein fiktives, äh, Nordamerika und, ähm, diese Welt, wie sie da halt erschaffen haben, ist halt sehr gottesfürchtig. Es gibt halt, ähm, weiße, weiße, hoch angesehene Männer und deren Frauen und, ähm, lustigerweise sind deren Frauen alle unfruchtbar. Ja, und deswegen hat, äh, die Regierung dann, oder diese, ja, dieser Rat dann halt beschlossen, dass es halt verschiedene andere Arten von Frauen halt gibt. Es gibt dann die Mägde und es gibt, genau, und die sind dafür dann zuständig. Und es gibt auch Haushälterinnen, dann gibt es halt Wächter, dann gibt es halt Fahrer und alles mögliche. Also jeder hat halt... Ja, so typische Klassengesellschaft. Genau, also es werden halt, jeder hat halt so seine Rolle zu tragen und die muss er halt machen, also da gibt es auch keinen. Also wenn irgendjemand dann zu dir sagt, du bist jetzt eine Markt, dann bist du eine Markt, Punkt, aus, Ende. Und diese Frauen werden halt so Gebärmaschinen degradiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, diese Geburt oder diese Zeugung erstmal, ähm, kann man auch unter dem Titel Vergewaltigung laufen lassen, weil was anderes ist es nicht. Und, ähm, ja. Institutionalisierte Vergewaltigung. Genau, und ja, diesen, es ist natürlich, auch in der zweiten Staffel ist es so, dass, ähm, das, das ist halt denen ihr Leben und deswegen wird das Leid deswegen nicht besser. Also die fangen jetzt nicht halt an, irgendwie sich, äh, neu zu entdecken oder irgendwie, ich mach jetzt eine Gesangskarriere, das ist halt einfach nicht, weil die, es ist denen ihr, ihr Leben halt einfach und, ähm, da ist es halt so, dass natürlich jede Figur auch, ähm, nochmal auch an andere Orte dann halt kommt, ähm, und es ist schon, ich weiß jetzt nicht in welchen Teilen, inwieweit, weil die, die Margaret Atwood hat ja auch nochmal einen Folgeroman geschrieben zu Report der Markt und ich weiß jetzt nicht inwieweit die Serie halt auch wirklich auf diesen Büchern halt basiert, also auf den ersten Band auf jeden Fall und wie, wie es da jetzt weitergeht, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist sehr, es ist sehr spannend geschrieben. Es passieren halt auch Sachen, wo man halt denkt so, ja, puh, das ist schon, es ist harter Tobak. Es ist nicht für jeden einfach, glaube ich, auch zu sehen und für Frauen ist es, glaube ich, noch nicht einfacher, weil halt, ähm, du kommst halt einfach aus diesem Ding nicht raus und entweder du machst halt mit und mitmachen heißt dann halt auch manchmal vielleicht auch gegen die, die eigenen, ähm, Kolleginnen, also die anderen Mägde dann halt vielleicht auch mal zu agieren oder da ist halt nix mit Freiheit, da ist auch nichts mit, ähm, alles, was wir für selbstverständlich halten, zum Beispiel, dass halt diese Frauen, die sollten auch alle nicht lesen oder die Kinder oder Frauen prinzipiell sollen gar nicht lesen können, da geht es dann auch in einer Episode darum und, ähm, wie dann auch der eigene Mann dann halt gegen seine eigene Frau dann halt da auch agiert, das ist schon echt hart. Und das Ende von der Staffel ist dann aber auch so, dass man denkt so, wow, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Staffel. Okay. Also ich finde es sehr, also wirklich sehr spannend und es macht schon was mit einem und es ist, ja, manchmal ist es gar nicht mal so weit weg, also da sind Parallelen nicht, aber es ist eine Zukunft, die könnte ich, ja, die kann, die kann, die könnte passieren, also wenn es jetzt so ist, man sagt ja immer so, oder nicht, man sagt, man, das ist so, es gibt verschiedene Handlungsstränge, also in dem Zeitgefüge und ob das jetzt so ist, weiß man ja nicht, aber das wäre quasi eine Abbiegung, eine mögliche Zeit und Zukunft und, ähm, ja, können wir alle froh sein, dass es nicht so ist. Und selbst die Rechte, die wir haben und die sind immer noch nicht genug, aber die Rechte, die die Frauen haben, selbst die Hochgeborenen oder die, wo in einer besseren Stellung sind, die haben auch nicht viel zu melden, die haben auch nur die, die Klappe zu halten und ihr Mann halt gut dastehen zu lassen und, ähm, ein perfektes Heim und, ja, also da haben es die Frauen wirklich nicht leicht. Das passiert ja auf einem Roman von Margaret Atwood, der Report, der Markt, ähm, magst du noch die, äh, ja, zu sehen auf, ähm, Netflix, also es gibt, äh, zwei Staffeln auf Prime, Amazon Prime, ne? Genau, und, äh, die dritte, die müsste man jetzt halt kaufen, aber da warte ich jetzt halt auf Prime. Und die Bewertungen, ähm, ja, also 88 Prozent, äh, Tomatometer und 77 Prozent Audience Score. Also wird da deutlich, also von der Kritik besser gesehen als vom Publikum, aber es ist immer noch ein sehr hoher, also finde ich ein so. Naja, also alles, was so um die 80, äh, über 80, äh, rum ist, ist sowieso. Und ich finde, also, ich weiß nicht, ob du, weil du die Elisabeth Moss sitzt vielleicht da jetzt nicht, also sie ist halt die Hauptrolle und dann spielt noch die Yvonne Strahovski, spielt die Ehefrau und der Joseph Fiennes ist quasi der Commander. Ja, der Mann des Hauses. Der Mann des Hauses, der, also wirklich, also Joseph Fiennes, da war ich mir immer nicht so sicher, ist das jetzt ein guter Schauspieler oder nicht, aber der spielt mit einer Diabolik, also, hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, weil der ist immer so, manchmal denkst du, ist er jetzt nett oder ist er nicht nett und dann macht er schon wieder, also mit, mit einem netten Gesicht Sachen, wo du denkst, so, das hast du jetzt gerade nicht angeordnet, also das ist wirklich ein Teufel im Schafspelz. Ein Wolf im Schafspelz. Achso, Teufel, ich sag Teufel im Schafspelz. Und die Elizabeth Moss ist halt, also ich finde sie eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Ja, eine gute Schauspielerin ist sie. Ja. Ich finde es wirklich wahnsinnig, was sie da spielt. Naja, jetzt bist du mal wieder dran. Bin ich mal wieder dran, aber mit einer Serie, die du mir näher gebracht hast. Ja, und zwar haben wir Staffel 3 auf Amazon Prime von The Marvelous Mrs. Maisel geguckt. Ja. Und für alle, die immer noch nicht Mrs. Maisel Fans sind, Schande über euch. Jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es aber Zeit, spätestens jetzt mit der dritten Staffel, die sich da vielleicht auch von dem ein oder anderen Cover abschrecken lassen. Ihr habt es einfach guckt. Ja, sie trägt viele Hüte. Ja, sie trägt viele Hüte, sie trägt in jeder Einstellung fast ein neues Kleid. Ja. Aber ich finde die Serie irre witzig, die ist super gut geschrieben, die hat wahnsinnig spritzige Dialoge. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, meine Lieblingsszenen sind eben die am Esstisch mit der Familie, wo halt die Dialoge, wo sie sich gegenseitig fetzen. Das ist so großartig. Tony Shaloup, bekannt als Außer the Monk, großartig als ihr Vater. Kevin Pollack spielt auch noch eine Rolle. Wir lieben beide diese Serie. Ich bin dir so dankbar, dass du mich da gezwungen hast, die nachzuholen, weil das ist so, wenn du schlechte Laune hast, du guckst dir eine Folge Mrs. Maisel an und schon musst du laut lachen. Ja, das stimmt. Mindestens einmal pro Folge. Ja. Das ist so toll. Ja. Also die Rachel Brosnahan ist da wie geschaffen für diese Rolle. Die ist einfach Zucker. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie, die wir auch schon öfter mal gepriesen haben. Und wir werden nicht müde, sie anzupreisen. Nein, weil es ist ja auch hier wieder eine junge Frau, die auf der Suche, nee, nicht auf der Suche, sie weiß ja, was sie will. Es ist jetzt halt nur so, dass die Welt drumherum es natürlich nicht einfach macht, weil wir sind in Amerika der 50er Jahre. Also eine geschiedene, alleinerziehende Frau, die auch noch als Stand-up-Comedian Karriere machen möchte. Also zwei Sachen, die sind derzeit einfach unglaublich, also so nicht geben darf eigentlich. Ja, genau. Oder es sind wir schon in den 60ern, ich weiß gar nicht. Ja. Aber es ist irgendwie so. Aber sie nimmt das halt mit einer gehörigen Portion Humor. Sie hat halt einen wahnsinnig tollen Humor. Und gerade jetzt in der dritten Staffel, weil sie halt die Anfänge, die sie halt in der ersten und auch vielleicht in der zweiten und jetzt ist sie halt drin. Also sie geht halt auf die Bühne und sie improvisiert. Also du siehst halt auch wirklich, wie sie improvisiert und die macht das aus dem Handgelenk und so gut, wo du einfach denkst so, wow. Also die geht halt auch auf das Publikum auch ein und egal, ob es jetzt ihr gut gesonnen, schlecht gesonnen, die kann halt einfach mit denen umgehen. Und also das ist schon, wow. Also und auch ihr Humor und die ganze Familie drumherum und es ist halt einfach, ja, Wahnsinn. Ja, tolles Ding. Ganz tolles Ding, ja. Also eine der besten Comedy-Serien, die wir in der letzten Zeit gesehen haben oder eine der wenigen. Also Sexy Education würde ich jetzt auch mehr als Comedy bezeichnen. Ja, schon. Als Drama. Finde ich auch. Und so von der Mischung her, glaube ich, sind sie sich sehr ähnlich. Zwar thematisch unterschiedlich, aber von der Mischung aus Drama und Comedy. Das stimmt, ja. Also das sind die, ich glaube, das sind so die beiden Feel-Good-Serien in unserer Liste, so Sexy Education und Marvelous Mrs. Maisel. Ja, weil so richtig gut fühlen wollen wir uns ja nicht, deswegen. Schauen wir uns immer wieder runterziehende Serien an. Das ist, aber die nächste finde ich jetzt auch nicht runterziehend. Nein, nee, ist auch ganz toll. Bin ich wieder dran? Ja. Okay. Und zwar auch hier wieder habe ich gesagt, oder? Nein, ist ein blöder, blöder Anfang. Egal. Ich, wir haben The Newsroom geschaut. Und zwar drei Staffeln. Und da haben wir auch schon davon geschwärmt, gell? Ja, wir haben definitiv schon mal davon geschwärmt. Es ist jetzt etwas, The Newsroom ist ja 2012 schon erstmals ausgestrahlt worden. Und in Deutschland auch. Das heißt, es ist schon ziemlich alt, also acht Jahre alt. Ja. Aber ist halt von Aaron Sorkin geschrieben, der dem einen oder anderen Siniasten da draußen was sagen dürfte als Drehbuchautor, sehr bekannt. Hat auch schon ein paar Mal Regie geführt. Ich glaube, Ding ist von ihm, Social Network. Mhm, genau, ja. Und Jobs dürfte von ihm sein. Oder zumindest geschrieben von ihm. Ja, ja. Der Steve Jobs-Film ist halt bekannt. West Wing hat er gemacht. Bekannt für seine Spitzefeder. Ja, wenn es um Drehbücher geht und Dialoge geht. Wahnsinnig, um die Dialoge, ja. Ja, genau. Und The Newsroom, das wir im Übrigen auf Sky Ticket gucken können, und zwar ausschließlich auf Sky Ticket. Ja. Ist... Weil HBO. Ja, weil HBO ist halt einfach eine Wahnsinns-Drama-Serie, die halt im Umfeld eines Newsrooms, also eines Nachrichtenkanals, Nachrichtensenders spielt. Ja, und auch hier wieder, also diese Mischung aus diesem, ja, fiktiven Radiosender, Fernsehsender und den original zeitlich, also nicht original, also diese ganzen Ereignisse um dieses Team, die sind ja alle wirklich passiert. Ja, aus der Geschichte, ja. Aus der Geschichte, genau. Und das ist dann halt wirklich, manchmal werden dann einfach nur Tage, also die Daten, wenn es dann darum geht, dass jetzt wieder quasi eine Geschichte erzählt wird, die halt wirklich passiert ist, dann wird dann wieder so ein Datum eingestreut und dann geht es schon los mit so einen Fakten, denkst du, ah, was war das nochmal? Dann hast du mal hier einen Ölkatastrophe-Tanker, hier dann Boston-Marathon. Ja, also es sind unglaublich viele Sachen und das ist halt einfach auch nochmal, also für jeden, wo generell auch alles, was mit Zeitung oder Geschichte oder auch das Recherchieren daran Spaß hat, der wird da auch total aufgehen. Ja, und vor allen Dingen ist es halt, klar sind die Figuren wieder so ein bisschen larger than life, größer als das Leben, haben halt einfach einen sehr gut ausgerichteten moralischen Kompass, unerschütterliche Grundsätze und ich mag sowas. Ich finde sowas toll, wenn solche Figuren einfach so ein bisschen größer sind als man Das ist ja auch gut, weil man will ja auch immer irgendwie, also ich glaube schon, dass der Mensch Vorbilder braucht und ein gewisses, ich glaube die, wo keine haben, die tun sich dann immer so schwer vielleicht auch und da helfen solche Serien natürlich auch immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch ab und zu mal über sich selbst herauszuwachsen und wenn es nur im Kleinen ist, dass man halt, keine Ahnung, in solchen Zeiten halt wirklich mit Fürth-Nachbarin einkaufen geht oder da halt mal eine kleine Freude und das sind so Sachen und solche Figuren animieren dann einen auch so ein bisschen, also mal wieder ein bisschen über sich selber herauszuwachsen und auch, das hat jetzt nichts mit Selbstoptimierung zu tun, also weil der Mensch ist ja eh schon durch das Internet-Zeitalter geprägt. Durchoptimiert. Total durchoptimiert und wir haben alle einen perfekten Tag und wir versuchen immer das Beste aus uns zu machen und, aber es ist, es geht ja auch halt auch um Herzensdinge, also das, was nicht, was uns äußerlich ausmacht, sondern das, was uns innen ausmacht und das finde ich schon auch wichtig, dass man solche Figuren dann halt auch mal sieht und man denkt so, ah ja, es wäre doch auch toll, wenn man so toll wäre und dann, hey, ich bin ja auch so toll, wow. Apropos Figuren, dargestellt übrigens, Hauptrolle spielt Jeff Daniels, den viele von euch vielleicht nur aus Dumm und Dümmer kennen, ist großartig in der Rolle, die Emily Mortimer, die ist ja auch toll, die man auch kennt, John Gallagher Jr. und der Patel, wie heißt der, der, genau, der, der Patel, Sif, Sav, weiß nicht, großartig, großartiger Cast, großartiger, großartige Schauspieler und die, ich gucke gerade, ne, die steht nicht dabei. Na gut. Bis jetzt und hier ist es, guck. Guck, ähm, Dev Patel. Dev Patel, genau. Und die Alison Pill, die da auch mitspielt, die sitzt in einer sehr aktuellen Serie, zu der wir später noch kurz kommen, auch wieder mit vertreten. Also ist, wie gesagt, schon ein paar Jährchen alt. Die gute Nachricht ist, es sind nur drei Staffeln. Die schlechte Nachricht ist, es sind nur drei Staffeln. Ja, das ist wieder so. Das ist echt bitter, die wurde abgesetzt. Das ist auch eine ganz komische Diskrepanz zwischen Tomatometer und Audience Score. Ich habe es gerade gesehen, bin ein bisschen erschrocken. Ja, der hat 59 Prozent Tomatometer, also Kritikerrezensionen und 89 Prozent Audience Score. Und ich würde eindeutig in Richtung des Audience Scores tendieren. Ich finde die großartigst. Also die, ähm, es gibt so Serien, eine davon gucken wir aktuell wieder, sowas wie This Is Us zum Beispiel, wo du einfach diese Figuren, die uns da so dermaßen ans Herz wachsen und wo wir mitfiebern und, ähm, ja, der Newsroom hat das auch geschafft. Ja, das stimmt. Auf einer anderen Ebene, aber es fällt für mich in die gleiche Karte. Nicht ganz so emotional, aber schon. Ja, aber auch. Auch, ja. Genau. So, dann bin ich wieder dran. Bist du wieder dran, ja. Und zwar, äh, ja, auch hier, ähm, eins der Highlights der letzten Monate, ähm, wurde im Dezember ausgestrahlt, haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Ja. Und, äh, absolut grandios, also, finde ich schon fürs Fantasy-Genre, weil das ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, da kann man auch viel. Unter repräsentiert im Serienfach. Ja, Serien und auch, weil man da auch unglaublich viel. Mist. Mist bauen kann. Und, äh, in dem Falle waren wir sehr, sehr erleichtert, als wir dann die erste Folge von, wir sprechen von The Witcher, gesehen haben und, äh, schon, da ist es glaube ich so, also mir ist schon so ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich so, oh, zum Glück haben sie es gut gemacht und, ja, sie haben es gut gemacht. Und, ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, dass eh die ganze Welt jetzt die Serie schon gesehen hat, also wenn nicht, dann bitte, ja, jetzt, aber. Bist du als inoffizieller Game of Thrones-Nachfolger gehandelt, was ich total Quatsch finde, weil das komplett anders ist. Ähm, aber wir sind jetzt beide in diesem Witcher-Universum nicht sehr verhaftet, also ich kenne zwar die Spiele und ich habe aber keins davon durchgespielt. Äh, ich weiß, dass es Romane gibt, auf denen schon die Spiele basieren, die ich aber auch nicht kenne. Ich habe den ersten Band gelesen. Du hast den gelesen und? Ja, also, genauso wie die Serie. Also, ich finde, der Ton wird echt gut getroffen, dieser, ja, Lack. Gérald. Dieser Gérald, äh, dieser Humor halt auch, dieser, wie sagt man, lakonische Humor? Weiß nicht, wie man sagt. Weiß ich nicht, auch nicht. Egal. Wie komme ich dann darauf? Egal. Vielleicht habe ich es irgendwo mal gelesen. Ja, es ist halt so eine, so eine, so leicht selbstironisch auch, das mache ich so an der Serie, die nimmt sich nicht zu 100% ernst, merkt halt auch, wenn es dann mal ein bisschen ins Fantasy-Blabla abdriftet, äh, finde das total angenehm zu gucken, äh, ist jetzt sicher kein, äh, keine Autorenserie, wenn man es mal so, äh, ausdrücken darf, es ist, äh, aber sie macht tierisch Spaß. Ja, und sie ist auch was fürs Auge, also ich meine, Männlein und Weiblein werden bedient. Ja. Äh, da sind durchweg, ja genau, nackte Haut ist zu sehen, Sex, den gibt's, ähm, es gibt auch Gewalt und, ähm. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp, aber jetzt nicht, dass es irgendwie verachtend wäre. Und der Henry Cavill als, ähm, Witcher ist, macht seinen Job wirklich, wirklich gut. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, diesen grumpy, grumpy Old Witcher, äh, finde ich echt gut gemacht. Also das ist, ähm, ja, für die Fantasy-Fans unter euch, falls ihr es nicht schon gesehen habt, könnt ihr das auf Netflix nachholen. Ähm, auch hier, ja, so eine Diskrepanz zwischen Tomatometer und Audien-Score, wenn du das mal vorlesen möchtest. Und zwar, achso stimmt ja, ich bin ja dabei. Ich bin ja hier der Vorleser, äh, 67% Tomatometer und 92% Audien-Score, also. Von den Kritikern nicht zugemacht. Genau, nein, also, aber die, die Zuschauer, die mögen's, also sie, es gibt ja auch schon diverse, ähm, Witcher-Fanclubs und, äh, Memes? Memes, ja. Memes, genau, also da, ja, das ist ein, also ein Internetphänomen geworden und, ähm, die Leute mögen's, sie lieben's. Und wir auch. Und wir auch. Punkt. Punkt. Dann haben wir, sind wir bei einem letzten, bei der letzten Serie schon angekommen und es ist nicht nur zufälligerweise der Letzte alphabetisch, sondern es ist tatsächlich auch unser persönliches Highlight aus den vergangenen sechs Monaten. Ähm, die Rede ist, äh, manche von euch wissen schon, weil wir es auch schon erwähnt haben, natürlich von Watchmen, und zwar der ersten, bislang einzigen Staffel, äh, ausschließlich zu sehen bei Sky, weil es, äh, eine HBO-Produktion ist. Ein, äh, eine absolut großartige, äh, naja, nennen wir's mal Fortsetzung, neue Interpretation, Fortsetzung hauptsächlich des Stoffes, äh, aus dem, äh, aus der Graphic-Novel, aus der, aus der Vorlage, zu der es ja auch schon einen Kinofilm gibt, ähm, den Leuten, die, denen beides nix sagt. Also, es ist so, dass, dass diese Geschichte der Serie ja auf dem Comic aufbaut, ähm, mehr auf dem Comic sogar als auf dem Film, aber um irgendwie auch noch ansatzweise, äh, reinzukommen oder die Ereignisse, um Figuren einzuordnen, würde ich zumindest den Konsum von dem einen oder anderen empfehlen. Also, entweder ihr guckt euch den Film an, falls ihr es nicht so mit Graphic-Novels habt und falls das nicht, dann halt, dann lest den, den Comic, ähm, weil euch fehlt sonst was. Ja. Ja, 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 es ist so. Aber da kommt halt ansonsten so unglaublich viel Talent zusammen bei dieser Serie, das ist einfach, äh, es ist zum, es ist zum Schreien schön einfach. Das, das, nee, das Ding ist einfach perfekt. Also, ich. Ja, es ist schon sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Es ist so, also handwerklich einfach absolut perfekt, also, was die da kameratechnisch, äh, abliefern, von den Einstellungen, überblenden, grandios, es ist vom Drehbuch her einfach fantastisch, also, es ist fordernd, aber nicht überfordernd, es ist halt eine Serie, die einfach immer genug offen lässt, um halt, äh, um die Leute bei der Stange zu halten und immer wieder so ein Häppchen hinwirft, dass man sich als Zuschauer auch wieder klug fühlt. Ja, vor allem, wenn man halt dann den Film auch schon gesehen hat und man im besten Fall auch das Comic schon gelesen hat, äh, da ist es dann halt auch immer so, dass immer Sachen, äh, in jeder Episode passiert immer irgendwas und das arbeitet natürlich auf das Finale halt auch hin und es ist, wow, was für ein Finale. Und, ähm, auch hier wieder, ähm, gerade wie du sagst, mit diesem Häppchen, wo du dann denkst, so, ey, ist das nicht, ist das nicht so? Und dann, ja, ist es so. Und dann wirst du dann auch immer irgendwie, also derjenige, wo aufmerksam aufpasst, der wird dann auch immer damit belohnt, dass er dann in die richtige Richtung gedacht hat und, ähm, ja, das ist echt cool. Ja, Soundtrack grandios von, von Trent Dresner und Ethicus Ross, die, äh, von, von Nine in Schnells. Ja. Äh, ich, ich könnte einfach nur Loblieder singen über diese eine, eine Stapel. Aber das tust du doch. Ich, ich fürchte oder, was heißt fürchte, also wenn es jetzt einfach so aufhören würde, wie es aufgehört hat, dann fände ich es auf der einen Seite natürlich schade, weil ich gerne mehr davon sehen würde, aber fände es auch okay. Das darf. Ich glaube, da wird es auch nichts mehr geben. Es dürfte es von Damon Lindelof, den, den, den manche von euch oder manche von euch ja schon kennen vielleicht von Lost, der Schöpfer von Lost. Ähm, das kann für sich so alleine stehen bleiben und ich wäre glücklich damit, weil es, wie man immer so schön sagt, da kann nichts Besseres nachkommen. Das ist, das wäre schwer, ja. Das ist echt schwer zu toppen. Das ist so ein, so ein Gesamtkunstwerk geworden, diese, diese eine Staffel. Fantastisch. Ja. Also falls ihr, das, also das ist für mich der Grund, sich Sky-Ticket zu klicken. Watchmen und dann könnt ihr euch noch The Newsroom geben. Babylon Berlin, dann habt ihr eure, was weiß ich, sieben, acht, neun Euro wieder drinnen. Locker, ja. Locker drinnen. Ähm, aber Watchmen wäre so das erste, wie gesagt, äh, lest euch da ein oder guckt euch den Film an. Ähm, gerade, man muss dazu sagen, also gerade was, was, also das Ende betrifft, ja, unterscheidet sich der Film ja vom Comic und ohne da jetzt spoilern zu wollen, der, äh, die Serie nimmt den, das Comic als Vorlage. Ja. Ja. Schon, ja. Also falls ihr euch den, falls ihr nur den Film kennt und euch da auch ein paar Dinge komisch vorkommen, die dann in der Serie passieren, das liegt einfach daran, dass sich, dass da Comic und Film unterschiedlich enden. Also, auf einer ähnlichen Note, aber mit einem anderen Ereignis, sagen wir es mal so. Deswegen, äh, fand ich aber cool, dass sie da, dass sie da die, die Comic-Vorlage genommen hat. Mhm, ja. Und auch die Darsteller, also, äh, gerade Regina King. Oh, toll. Das ist Wahnsinn. Und, äh, Jaha Abdul-Martin, der Zweite, äh, Tom Misson und Jeremy Irons. Ja. Und, ähm, Louis Gossett Jr., der spielt nämlich den, ihren Vater, den alten, nein, ihren Großvater, den Großvater. Ja. Ja, tolles Ding. Also. Aber auch hier wieder, äh, Tomatomater 95 Prozent und. Ja, das ist ein Kritiker-Ding. Ja, ja, genau. Und Audience Score 54, also das ist auch schon wie. Weil Watchmen ist, also das ist, ich glaube, der eine oder andere dürfte vielleicht so sein Problem damit haben, also das, sie ist halt fordernd, ähm, das wäre jetzt noch nicht mal so das Problem, sie ist halt extrem stylisch, also von, von der Art, wie sie fotografiert ist, was dann halt manche wieder so ein bisschen als, äh, Arzi-Farzi oder so abtun könnten. Es ist halt, es ist ein Kritiker-Liebling. Okay. Mhm. Und sie ist nicht zugänglich. Und ich glaube eben, der, der Umstand, dass, dass man eben ohne Comic und ohne den Film zu kennen, einfach unglaublich Schwierigkeiten haben dürfte, da reinzukommen. Ja, das stimmt schon, ja. Ähm, glaube ich, macht's dem Publikum nicht einfach. Ja. Das würde, wäre jetzt meine Erklärung für. Ja, ich meine, es gibt halt einfach auch so, also alles, was irgendwie so eine Kult-Base hat, äh, so wie Watchmen ja auch. Ja. Oder, ja, also gerade wenn's um Comic-Bereich geht, da ist es halt einfach, wenn die, wenn die Fanbase in dem Sinne, und die ist halt einfach, die kann schon fies sein. Und wenn die in dem Falle nicht bedient wird, wie sie es vielleicht erwartet hätten, dann kommen dann halt auch manchmal solche Sachen zutage. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Meinst du? Also auf die Fanbase, also der Comic ist schon sehr alt. Mhm. Ähm, natürlich wird er in, 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 in Kreisen, in dieser Blase natürlich als, wird er verehrt, aber ich glaube, dass das Groß, der Großteil des Publikums einfach keine Ahnung davon hat. Und das, der Großteil aber der ist, der halt seine Bewertung da abgibt. Also. Vielleicht, ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, warum man als Fan des Comics von, und der bin ich nicht, ich mag ihn, aber als Fan würde ich mich nicht bezeichnen, ähm, wieso man da enttäuscht sein sollte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Nein. Ich hab ihn auch gelesen. Also, ich bin ja jetzt echt keine, keine Comic-Leserin, aber das ist wirklich, also Watchmen ist eins der wenigen Comics, die ich gelesen hab. Und, äh. Ist auch nicht einfach zu, es sind halt auch große Textpassagen drin, er ist zum Teil sehr langatmig. Ja, allein diese Geschichte mit den Piraten, oder? Ja, das sind alles Dinge, die man, ähm, ändert aber jetzt nichts an, an, an dem, ja, wie grandios die, die eigentliche Geschichte ist, die da dahinter steckt. Das stimmt, ja. Ja, und auf dieser hohen Note enden wir mit unseren, äh, mit unseren zehn Rosinen der vergangenen sechs Monate. Wir haben aber noch was für euch. Und zwar haben wir uns gedacht, äh, wir picken, äh, auch mal ein, zwei Warnungen raus. Ja, also die, quasi die schlechten Rosinen. Genau, die, die, die schlechten, äh, äh, Erbsen oder Linsen. Ja, also, ich mein, es gibt ja so Serien, wo halt irgendwie einem da so erstmal so anlächeln und man denkt so, ja, komm, dann schauen wir mal rein. Und, ähm, ja, wo, wo man dann einfach merkt, ich glaub, wir werden einfach keine Freude. Und das, das Lustige bei Carnival Road zum Beispiel war ja, dass wir, ähm, gar nicht mit der ersten Folge angefangen haben. Ach Gott, ja. Weil dann kamen wir zum Prime, weil manchmal ist das Menü ein bisschen gaga, muss man einfach so sagen. Und dann haben wir mit der dritten Folge angefangen. Und dann war das aber noch so, hä, mhm, mhm. Und dann dachten wir noch so, hey, cool, die Serie erklärt gar nichts. Ja. Und haben es noch abgefeiert und dann haben wir erst gemerkt, oh shit, wir sind ja bei der dritten Folge, haben dann die erste Folge angeschaut und dann kam voll der Erklärbär und dann war es eigentlich schon vorbei. Also für mich, ich hasse, aber so allergisch dagegen. Ja, also ich, also ich mag ja eigentlich, also das Setting mochte ich schon, die Kostüme auch, aber, äh, also die Chemie zwischen den beiden funktioniert null. Ja, und die, die Serie verlangt einem wirklich gar nichts ab. Also Orlando Bloom und, äh, Cara De LaVinia. Cara De LaVinia. Also die Serie verlangt einem wirklich gar nichts ab. Also, wie du schon sagtest, es war so lustig, weil die dritte, dritte, mit der dritten Folge einzusteigen, dann sind einfach ein paar Hä-Momente, weil du kennst die Leute nicht. Und dann denkst du so, hey, sehr clever, dass sie einen da jetzt so reinwerfen. Und dann holst du die ersten zwei Folgen nach und dann, nee, nee, es wird ganz genau erklärt, wer, wann, wie, wieso, weshalb, warum. Und, äh, dann haben wir trotzdem, glaube ich, noch eine weitergeguckt und. Nee, ich glaube nicht mal. Es war. Ich glaube, wir haben es dann echt sein lassen. Das ist echt nicht gut. Es ist halt, ja, das ist, äh, es ist optisch toll, aber es ist halt echt keine gute Serie. Das ist so, nichts für den anspruchsvollen Serien gucken. Ja. Weil man so als Guilty Pleasure, wenn man wirklich überhaupt sonst nichts zu gucken hat, aber nicht, nicht für, nicht, also im Vergleich zu dem, was wir jetzt so, so genannt haben. Ja, das ist, das ist, das ist halt das Problem. Also manche Serien verderben einem einfach auch andere Serien. Es ist halt so, also man kann halt, wenn man, also alles, was wir jetzt hier genannt haben, das lässt sich halt leider nicht in eine, in eine Reihe mit Carnival Row bringen. Also das ist so, das wäre schon beleidigt. Das fehlt schon. Ja, und ich meine, klar, also wenn wir eine Serie abbrechen, dann, dann soll das ja auch was heißen. Ja. Also entweder schläft ein, dass man halt irgendwie so merkt, ja jetzt eigentlich habe ich jetzt keine, keine große Lust, die weiterzugucken, wenn ich weiß, ich kann das weitergucken. Das passiert auch manchmal, aber dann so bewusst sich zu entscheiden, ich habe keinen Bock, mir das weiterzugucken, das ist eigentlich schon selten bei uns. Ja, und dann haben wir noch eine. Ja, und dann haben wir noch eine, und zwar Living with Yourself mit Paul Rudd auf Netflix. Und das war dann halt auch so, ich glaube, der Trailer, der sah ganz lustig aus mit, war so ein bisschen Sci-Fi angehaucht mit Verjüngung oder, oder, ja, auch wieder dieses, dieses Stichwort Selbstoptimierung läuft da mit rein. Ja, und wir mögen Paul Rudd. Ja, wir mögen schon Paul Rudd, also, ja, also. Das Ant-Man ist ja großartig. Ja, natürlich, also wegen Ant-Man glaube ich auch und, weil es gibt ja den einen oder anderen Film, wo er auch mitgemacht hat und, ja, aber das ist so eine Kack-Serie, ich muss es nicht so sagen. Das hat so, ich habe mich da, der hat so eine ganz komische Atmosphäre und die wird auch von dieser komischen Musik, die, man fühlt sich da immer so ganz unwohl und ich mag sowas nicht, also ich mag mich nicht permanent unwohl fühlen. Das war so dieses, wie hieß der, Uncut Gems, dieser schwarze Diamant. Ja, mit dem, mit dem. Ja, mit dem. Adam Sandler. Das ist auch eine Folge, das ist eine einzige Tour der Force, also der ganze Film ist einfach nur und man fühlt sich nur gestresst, man fühlt sich nur unangenehm. Es gibt, man muss das schon auch anerkennen, also das machen sie gut, aber ich mag das nicht. Oder wir mögen das nicht. Ja, also dieses Uncut Games, also da wird es dann halt quasi von so einem Spielsüchtigen, also quasi so ein, zwei Tage, Diamantenhändler wird man halt quasi, man begleitet den halt auf seine Tour de Force, wie er da halt wieder versucht, ein Ding nach dem anderen zu drehen und seine Haut zu retten und das Ganze wird halt begleitet mit einer ultra stressigen Musik. Und auch die Geräuschkulisse ist es. Und es ist alles nur stressig und du guckst es an und denkst so, Hilfe. Der Film ist für mich so das Zelluloid gewordene Kratzen von Fingernägeln über eine Tafel. Das ist der schwarze Diamant. Ja, wir wollten aber, genau, Living With Yourself hat so ein ähnliches Unwohlsein bei uns verursacht, trotz Paul Rudd. Auch der Humor hat Wiedererwarten bei uns nicht gezündet. Wir haben da eigentlich nicht lachen müssen. Milde Lächeln vielleicht ab und zu. Und das hat uns dann dazu bewogen, wieso wir damit aufgehört haben. Ja, aber ich hatte mir noch andere Notizen gemacht. Ja, was hattest du denn noch notiert? Und zwar, ich habe nämlich natürlich auch wieder Serien geschaut ohne dich. Ach, wir sind jetzt aber aus den schlechten Warnungen. Ah ja, genau. Also ja, wobei, ja, wir haben ja eine Serie, haben wir auch bis heute noch nicht fertig geschaut. Das war ja die... War of the Worlds. Ja, wobei... Schwedisch-Französisch-Blaku-Produktion, ne? Und dann dieses von Winion, Riff, Winion, bin... Ach, Nikolaus Winding Riven. Ja, genau. Ja, ja, aber das haben wir ja schon vor der letzten angefangen. Okay, egal. Egal. Also, das waren jetzt unsere zwei Gurken der letzten Monate. Du hast aber noch ein paar ehrenwerte Erwähnungen dabei, die du geguckt hast, die du mit der Welt da draußen teilen möchtest. Ja, weil einfach... Also, wenn es eine Serie schafft, dass ich... Also, es sind acht Episoden und wenn es die schafft, dass ich das in zwei Abenden durchbinge, das heißt, ich schaue mir die jetzt halt wirklich fast in einem Zug durch, dann ist das unbelievable. Ah, okay. Und zwar ist die schon ein bisschen älter, auf Netflix zu schauen, von 2019. Und es ist eine wahre Geschichte, aber auch hier wieder wird diese Geschichte halt nacherzählt, aber nicht im Doku-Style, sondern halt im besten Serien-Style. Und es ist quasi die wahre Geschichte von einem jungen Mädchen, das vergewaltigt wird. Und ja, die ist halt auch so ein bisschen schwierig. Sie ist jetzt auch eine Person, die man nicht wirklich auf Anhieb mag. Also, sie ist halt auch ein Pflegekind. Sie wird halt auch von Pflege... Sie war schon in mehreren Pflegefamilien. Jetzt versucht sie halt selber auf die Beine zu kommen und ihr Leben in den Griff zu bekommen und dann kommt halt noch das. Und wie es halt so ist, sie wird halt verhört und auch da dieser ganze Stress oder diese ganze Verhörmethode von diesen Polizisten mündet halt darin, dass sie dann halt alles, was sie am Anfang halt so Protokoll gibt, dass sie halt vergewaltigt worden ist, tut sie dann später als Lüge abtun. Und somit wird der Fall ja quasi erledigt. Parallel ist es aber so, dass dieser Vergewaltiger im Umfeld weiterhin auch Frauen vergewaltigt. Und dann kommen halt zwei Frauen auf den Plan, also zwei Detectives, also zwei Polizistinnen. Die eine wird gespielt von Toni Collette und die andere wird Mariette Weaver. Und die zwei Frauen, die haben halt wirklich Eier so groß wie Baseballstadien, muss man einfach so sagen. Und die sind so cool. Also sind natürlich auch unterschiedlich. Die Toni Collette ist so ein bisschen tougher, die Mariette Weaver ist so ein bisschen weicher, aber ergänzen sich so ein bisschen mit guter Kopf, böser Kopf. Und ja, und die kommen dann, also jeder hat so seinen eigenen Vergewaltigungsfall und irgendwann treffen sie sich und bündeln quasi ihre Kräfte miteinander und versuchen diesen Fall zu lösen. Und mehr will ich jetzt echt nicht sagen, weil das wirklich, wirklich spannend ist. Also und auch das Mädel hat natürlich auch parallel eine Rolle und wirklich, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist natürlich harter Tobak, aber es ist spannend. Und es ist wirklich eine tolle Krimi, also Krimi-Serie auf Netflix, habe ich schon gesagt. Genau. Und das kann ich noch empfehlen. Und dann haben wir im Vorfeld noch überlegt gehabt, ja, weil wir so wenig aktuelle Serien neu angefangen haben, weil wir jetzt immer so weiter. Und naja, ich habe eine aktuelle Serie angefangen, die der Mann halt nicht gut findet. Du hast schon mit reingeschaut. Und zwar ist das Freud auf Netflix. Ja. Und Sigmund. Sigmund Freud, aber sie heißt nur Freud. Genau. Aber wir reden vom Sigi, Siegesmund, vom Sigi. Ja, vom berühmten Psychologen. Genau. Und spielt. Psychoanalytiker. Psychoanalytiker, genau. Und spielt halt in Wien des 19. Jahrhunderts. Und das Ganze ist halt, ja, also es sind seine Anfänge, wo er halt noch nicht der Psychoanalytiker ist, der heute halt ist. Wie wir ihn heute kennen. Wie wir ihn heute kennen. Er lebt ja nicht mehr. Und, ja, das Ganze ist halt gepaart mit so Kriminalfällen. Da sind dann auch so zwei Wiener Polizisten, die da mit ihm dann auch immer wieder irgendwie was auflösen. Und es ist schon sehr, also ich glaube, mein, ich bin ja einmal, habe ich eine Folge gesehen und dann bist du ins Wohnzimmer gekommen und hast dann gemeint, was ich für ein Gesicht mache. Und, ja, da gibt es manchmal Szenen, da kann man nur komische Gesichter machen, weil, also sie ist ja ab 16 und sie ist nicht ohne Grund ab 16. Und da sieht man manchmal Sachen, wo du denkst, boah, das habe ich jetzt nicht gesehen. Und es ist schon, ja, harter Tobak ist was anderes, aber es ist schon ein bisschen eklig manchmal. Ja, es ist, und, ja, also es geht so, ja, so in die, wie soll man das sagen, also ich habe aufgeschrieben, also wenn man Penny Dreadful zum Beispiel mochte, auch vom Setting her und auch von, das mit diesen, mit Geistern und vielleicht, wobei es ja, glaube ich, gar nicht so arg in die Richtung geht. Ich meine, da ist halt so ein Medium dabei. Das ist aber ein guter Vergleich. Ja, also Penny Dreadful ist schon, ja, das ist ein guter Vergleich. Wobei es bei Penny Dreadful halt noch ein Stück weit mehr ins Fantastische geht und hier schon eher so ins, also schon mehr so ins Spirituelle geht es hier. Ja, genau. Und weil da ist, spielt halt auch so ein Medium mit und die träumt dann halt immer so quasi ein, also es sind immer so Begebenheiten zusammen und dann wird es halt dann aufgelöst. Und, ja, das Coole ist halt einfach, weil jede Folge hat halt auch einen Namen. Also die erste Folge heißt zum Beispiel Hysterie oder Trauma oder Sonambul. Und das sind halt diese, zum Beispiel die vorletzte Folge heißt dann Katharsis und das sind dann alles so, ja, so psychoanalytische Begriffe. Und, also unter der Warte finde ich es eigentlich, ich finde es super interessant. Also ich stehe da voll drauf. Ja, hat mich nicht angetönt. Ich hatte es halt nicht angetönt, genau. Du hast einmal, zwei Folgen hast du tapfer mitgeguckt und hast... Ja, so nebenbei. ...was ausgeböbbelt. Ja, aber es ist, ja, es ist eine deutschsprachige Serie, sie ist gut produziert, sie sieht gut aus, es ist jetzt, hat mich jetzt noch nicht angesprochen. Ich habe den Trailer gesehen, also... Ja, mich hat das Thema halt natürlich, also, angebracht. Ja, aber es spielt halt in Wien und ja, es gibt den einen oder anderen Satz, wo ich überhaupt nicht verstehe. Ja, ab und zu, so die lokale Gendarmerie ist da... Aber man kann sich sehr ungefähr denken, was die da reden, genau. Ja, ich habe auch noch... Hast du auch noch was? Nein? Ich habe auch noch eine Empfehlung, eine bedingte, unter Vorbehalt und zwar für alle Star Trek Fans. Ah ja, stimmt, genau. Und zwar habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, dass auf Amazon Prime Video mittlerweile komplett verfügbar, seit letztem Freitag, Star Trek PK zu sehen ist. Und wenn ihr mich jetzt fragt, sollen wir denn das unbedingt gucken, dann kann ich das mit einem eindeutigen Jein beantworten. Also, bei uns ist es so, dass wir gerade tatsächlich zufällig und hat jetzt mit PK wenig zu tun. Ich hatte mal angefangen, ich hatte irgendwie Bock, Star Trek The Next Generation wieder nachzugucken, nochmal nachzugucken. Ich habe viele Folgen damals nicht gesehen, sind auch alle sieben Staffeln auf Netflix verfügbar. Und war so, bin da so in diesem Nostalgie-Rausch, finde ich auch wirklich objektiv gut. Da sind echt gute Geschichten dabei. Es ist, also, ja, okay. Und bin jetzt wieder so in diesem PK, Riker, Data, Geordi, Diana-Vibe, sodass mich halt einfach Star Trek PK total anmacht. Also, rein diese Figuren wiederzusehen. Also, ich würde es jetzt mal so sagen. Also, es gibt ja, ich glaube, die Welt teilt sich ja irgendwie zwischen Star Trek und Star Wars. Oder heißt das zumindest. Wir sind, glaube ich, die wenigsten auf diesem Planeten, wo halt beides mögen. Ja. Und, also, wenn du ein Star Trek-Fan bist, dann ist PK, finde ich, eine absolute Pflichtnummer. Ja, wobei, wir konnten ja mit Discovery, hat uns, oder mich jetzt auch nicht so begeistert. Also, ich würde es ja weiter schauen. Ich würde es, ja, vielleicht gucken wir es ja weiter, dass wir mal, aber ich bin halt ein Next-Generation-Kind quasi. Ja, ich auch. Also, ich habe unglaublich viele Folgen gesehen. Und noch so ein bisschen, so ein bisschen DS9-Kind. Und ich mag einfach, also, die Serie ist, hat ihre ganz großen Stärken und sie hat ganz große Schwächen. Und das ist halt etwas, was man abkönnen muss, um dieser Serie halt auch was abzugewinnen. Ja. Das ist sicher nicht, also, deswegen sage ich, ich kann das nicht vorbehaltend empfehlen. Da schwingt einfach so eine gewisse Nostalgie mit, auch alte Figuren wiederzusehen. Das tröstet mich persönlich einfach über teilweise recht große Schwächen im Drehbuch und in der Dialogregie hinweg. Das wechselt sich auch immer ab. Das finde ich so kurios dann bei dieser Serie, dass man teilweise Dialogpassagen drin hat, die so toll sind. Oder die sich dann abwechseln mit irgendetwas, was einfach so himmelschreiend dämlich ist. Die Serie ist auch, es gibt auch genügend Erklärbärpassagen. Also, es ist nichts, was einem jetzt irgendwie die Synapsen schmelzen lässt. Es ist optisch ein Fest, es ist schön, Patrick Stewart in seiner Paraderolle wiederzusehen. Alte Figuren, neue Figuren, schön gemischt. Es ist eine Story, die nicht vollkommen gaga ist, sondern eigentlich schon einen schönen Hintergrund bietet. Setzt jetzt den Kurs, um die Analogie zu bemühen, für eine zweite Staffel. Ja. Da bin ich gespannt drauf. Sie hat ihre Pacing-Probleme. Es ist keine perfekte Serie, bei weitem nicht. Sie ist sehr, sehr mit Makeln behaftet, aber uns hat es trotzdem Spaß gemacht. Ja, vor allem halt, also ich hatte im Vorfeld mal wieder eine Kritik gelesen, eine sehr, sehr ausführliche. Und ja, da war schon so der O-Ton, ja, die Serie ist nicht so toll, aber wenn man halt dieses Universum halt mag, dann wird man schon auch bedient. Und es ist halt auch so ein, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass diese Serie halt ums Verrecken musste halt dargestellt werden. Und bevor überhaupt noch die erste Staffel über den Äther kam, wurde schon die zweite Staffel auch bestätigt. Und das ist halt wirklich so ein, ja, so ein erzwungenes Prestige-Objekt von dem, ja, Amazon von dem anderen Studio noch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ABC oder NBC oder CBS, genau. Oder CBS, genau. Ja, CBS hat die Startup. Ja, und die haben das jetzt halt wirklich da so durchgepresst. Und vielleicht merkt man das auch manchmal so ein bisschen, dass da halt mehr Kalkül als Liebe dahinter steckt. Wir haben, glaube ich, nach der ersten, zweiten, dritten Folge haben wir dann unseren Frieden damit geschlossen und haben gesagt, ja, wow, es macht schon Spaß. Und wir waren dann auch drin. Klar, die erste Folge war es ein bisschen so, hm, hm, hm. Da hatte sie so ein ganz hinterhältiges Intro, dass, wenn man es am ersten Mal hört, das Thema irgendwie total unterwältigt ist und sich irgendwie denkt, hä, was soll das für ein Intro sein? Und dann geht es voll ins Ohr. Von diesem Star Trek Next Generation Bombast. Nix, ja, total subtil, total langsam. Und dann irgendwann schleicht sich dieses Intro ins Gehör und man pfeift es dann plötzlich mit. Das ist voll gut, ja. Das ist irgendwie komisch, ja. Aber apropos Intro. Also, wenn es um Intro-Musik geht, und das schauen wir ja gerade, weil wir jetzt auch schon mal erwähnen wollen, was wir als nächstes schauen oder was wir aktuell schauen. Also, Intro-Musik, die beste, wo es eigentlich gerade gibt, das ist Mandalorian. Oh ja. Auf Disney+. Und zwar auch hier neuer Streaming-Anbieter im Universum der Streaming-Anbieter. Und wir natürlich als absolute Disney, Star Wars, Marvel und Pixar-Fans war natürlich eine Ehrensache, dass wir halt ab Tag eins dabei sind. Und ja, und natürlich dann auch gleich zwei Folgen. Also, mittlerweile haben wir schon drei Folgen von Mandalorian gesehen. Und ja, wir lieben es. Und die Intro-Musik ist total geil. Die ist super. Die ist super. Die pfeifen wir mit, wo es nur geht, beim Kochen, nach dem Kochen, während des Kochens, vor dem Kochen. Also, um das einzuordnen für euch, also wie ihr vielleicht wisst, sind wir mit der neuen Trilogie jetzt nicht unbedingt glücklich geworden. Wir mochten, glaube ich, spreche ich für uns beide, diese Star Wars-Stories beide mehr, vorbehaltslos. Also, selbst Rogue One, der auch nicht perfekt war, fanden wir beide besser als die neue Trilogie, die es uns dann mit dem letzten Teil dann endgültig verschissen hat. Muss man leider so sagen. Wir mochten natürlich die Ur-Trilogie sehr, sehr gerne. Die Prequel-Trilogie vom George Lucas würden wir auch am liebsten ungeschehen machen. Also, wir sind schon so typische Oldschool-Star-Wars-Fans, würde man sagen. Und jetzt keine militanten Verteidiger. Also, ich bin dafür, dass sie neue Sachen machen, aber ich bin halt auch dafür, dass sie sie gut machen. Genau. So, sehr gut. Weil, ich weiß nicht, also wir sind halt, ja, keine Ahnung, also ich will halt nicht den 50.000. Aufguss von, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, und Todessterne. Und Todessterne. Und ich kann es halt wirklich, also vor allem halt die Frechheit ist ja, also wir sind ja Fans, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind und gefühlt eine Million Mal gesehen haben. Das heißt, wir leben, also quasi diese Filme haben sich wie eine zweite Haut auf unsere Haut gelegt. Und natürlich wissen wir jede Nuance von diesen Filmen auswendig. Und wenn dann halt irgend so ein Scheiß daherkommt, wie der achte oder neunte Teil, der dann halt es zum zigmalsten aufwärmt, dann fühlt man sich einfach nicht wohl in seiner eigenen Haut, weil das halt einfach gegen das ist, was man halt, mit dem man aufgewachsen ist. Und das ist für, ich finde ich, das ist auch schon fast schon Verrat, würde ich so weit gehen. Ich fand halt, ich fand halt das einfach, ich glaube, man hat so ein bisschen verkannt, was die Leute wie du und ich, also wirklich Fans der Urtrilogie eigentlich haben wollen. Und sie wollten eigentlich nicht eine aufgewärmte Star Wars Trilogie oder eine aufgewärmte Jedi Mythologie, sondern sie wollten eigentlich schon was Eigenständiges. Und der erste Teil, also die Episode 7, war dann so ein Aufguss bekannter Versatzstücke, aber mit einem Hoffnungsschimmer am Ende, wo du gedacht hast, oh ja, mit den Figuren, da will ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Und als aber dann Episode 8 und 9 jetzt kamen, wo es dann einfach Richtungen nahm, wo ich mir dachte, nee, keine Ahnung, wir wollen jetzt auch nicht wieder über die Gruppe reden, wir wollen über The Mandalorian sprechen und The Mandalorian passt für uns einfach perfekt in dieses Konzept, weil es was Eigenständiges aus diesem Universum erzählt. Es hat diesen erdigen Look und Feel, sogar erdiger als vieles, was man kennt, weil es auch nur so diese Western-Analogie bedient. Es geht so ein bisschen in die Solo-Richtung, finde ich auch. Und ja, es macht halt unglaublich viel Spaß. Und du bist jetzt beim dritten Teil und dir wurde bis jetzt noch nicht einmal was erklärt. Also du weißt jetzt nicht, woher kommt der. Also es wird so nach und nach, wird es von diesem Mandalorianer oder prinzipiell von dieser Gilde, kann man sagen. Von dieser Rasse oder was? Von dieser Rasse. Also man kriegt halt immer so häppchenweise so ein bisschen was erzählt. Und ja, und es ist toll. Toll ausgestattet. Es ist einfach toll, ja. Tolle Geschichte. Und es bedient halt auch viele, bedient halt die Fans. Also es gibt viel Fanservice, aber halt auf eine kluge Art und Weise. Also nicht, wie du schon sagst, es ist nicht auf diese 125. Ich habe ein ganz mieses Gefühl-Variante, sondern es ist einfach hier und da mal wieder ein Moment, wo du sagst, ah, das kenne ich. Und ach, das ist das Ding. Und ah, und ah. Also es sind halt so beiläufige. Ja, weil der landet zum Beispiel auf so einem Planeten und du weißt auch gar nicht, welcher Planet es ist, aber aufgrund dessen, weil also da diese Bewohner auf einmal auftauchen, wo du halt aus einem anderen Star Wars Film schon kennst, weißt du, ah, okay, der ist jetzt auf dem Planeten. Es wird aber mit keinem Wort irgendwie erwähnt und es ist halt einfach nur geil, weil du halt denkst, ah, guck mal da, da sind sie wieder und ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern und so macht das halt auch Spaß. Du bist halt innerhalb dieses Universums und weil du kannst ja, das ist das, was ich nicht verstehe, ums Verrecken nicht, weil du kannst so unglaublich tolle Geschichten daraus erzählen und dann machen sie es halt auch nicht. Und zum Glück gibt es ja die Filme und jetzt die Serie und da haben sie jetzt, glaube ich, auch verstanden, was man mit diesem Universum auch anfangen kann. Ja, ja. Und das ist halt abseits von diesem, von dieser, ja, von dieser Skywalker-Saga, nenne ich jetzt einfach mal. Ja, oder mach, oder was ist der Geil oder was? Es ging im Grunde immer um, es war eine Skywalker-Saga, so kann man das bezeichnen, also diese neuen Filme mittlerweile und das, da bin ich schon müde geworden und da bin ich froh, wenn sie sowas wagen wie Solo, sowas wagen wie Rogue One und sowas wagen wie The Mandalorian, weil das einfach wirklich eigenständige Geschichten sind und wenn sie es dann auch so ausstatten, also von den Produktionswerten her wie The Mandalorian, wo einfach den Kinofilmen einfach nix nachsteht. Ja, ja. Es ist so toll gemacht. Es ist wirklich toll gemacht, ja. Aber wie du es schon sagst, so erdig. Also du hast gar nicht so das Gefühl, dass da jetzt schon wieder 50.000 Leute im Hintergrund ihren digitalen Bleistift geschwungen haben und da irgendwie... Haben sie bestimmt, aber man merkt es halt nicht. Ja, aber man merkt es halt nicht, genau. Das ist halt, es ist nicht so clean, so... Kein Lichtschwert und keine Jedi-Mindtricks, also das ist so, es ist einfach, es ist einfach erfrischend aus diesem Universum mal was zu sehen, das einen noch überraschen kann. Ja. Ja, und ja, The Mandalorian gucken wir gerade, wir gucken gerade auch weiter, This Is Us. Ja. Natürlich, das war die dritte Staffel und für alle, die This Is Us noch nicht kennen und lieben, solltet ihr auch nachholen, habt ihr jetzt Zeit. Ja, weil diese Serie ist halt wirklich, also wenn es irgendwie einen Glückskeks gibt oder einen mit Schokolade gefüllten Erdnussbutter-Marmeladen-Keks gibt oder ein Muffin oder ein Kuchen oder irgendwas, wo ihr denkt so, oh mein Gott, das brauche ich jetzt, dass ich mich gut fühle und dann ist es die Serie. Also das ist Kuchen, also Serie in Kuchenform. Süßes in Serienform. Sehr, Kü... Ja. Wohl, eine Wohl... Nein, es ist, also die Serie bringt uns regelmäßig zum Heulen, aber auf eine gute Art und Weise. Ja, es ist, weil es einfach so schön ist. Anrührend. Ja. Sehr anrührend. Wirklich. Tolle, tolle Figuren, einfach zack, erste Folge geguckt, schon wieder am Heulen. Schon wieder drin, tolles Ding, This Is Us, gibt jetzt die dritte Staffel auf Amazon Prime kostenlos zu streamen, solltet ihr es noch nicht gemacht haben, macht es unbedingt. Seufzt, seufzt. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auf, die geht jetzt dann nächste Woche los und zwar Westworld, die dritte Staffel, da freuen wir uns schon drauf, weil der Trailer sah jetzt wirklich auch, der bewegt sich jetzt wieder in ein bisschen andere Bahnen, also wir sind jetzt glaube ich mal weg. Außerhalb von Westworld. Außerhalb von Westworld, genau. Aaron Paul spielt mit, den man als Breaking Bad kennt. Und natürlich die Evan, Rachel Wood, ja, freuen wir uns drauf. Ja, und Tessa Thompson spielt auch, glaube ich. Ja, am 31. März geht es los, glaube ich. Und was schon aktuell verfügbar ist, seit Freitag ist Ozark. Ozark, dritte Staffel. Dritte Staffel, genau. Ja, so. Du freust dich nicht so drauf, oder? Doch, doch, hat mich ja doch für sich eingenommen. Also die letzte Folge, die war wirklich so bam. Hat so ein bisschen, so ein bisschen Breaking Bad Vibes, aber eigenständig genug, um Spaß zu machen, doch freue ich mich drauf. Ja. Ozark Season. Und da habe ich ja heute schon erzählt, aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht erzählt, da haben wir es bestimmt dann vielleicht schon geschaut, und zwar, was nämlich auch HBO-Serie neu auf Sky-Ticket ist, The Outsider. Und das soll wirklich, Stephen King, genau, das soll ganz toll sein. Auf die freuen wir uns auch. Ja, und jetzt, glaube ich, sind wir durch. Ja, die nächsten Wochen sind gerettet. Ja. Juhu. Also bis Ende April haben wir auf alle Fälle zu gucken. Ja. Wir hoffen, das Internet ist euch gnädig. Ja. Und hält durch. Und ja, falls ihr mal Zeit und Lust habt und uns, Zeit habt ihr ja jetzt, und uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr natürlich am besten euren Freunden von uns erzählen, aber nur per Telefon, ja. Wie heißen die? Freunde. Freunde. Ganz vergessen. Vor lauter Social Distancing. Distancing, ja, genau. Distancing, ja, genau. Distancing, weiß ich nicht mehr. Ihr wisst, was uns ist vom Frühjahr. Freunde. Freunde, genau. Aber nur per Telefon oder nur zu zweit. Genau. Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Ihr könnt natürlich diese und jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Aber bitte kein Klopapier. Nein, kein Klopapier. Nein, nein, haben wir genug. Nudeln haben wir auch. So wird auch Klopapier erwähnt. Wahnsinn. Und Mehl haben wir auch. Also wir sind versorgt. Aber ohne zu hamstern. Genau. Don't hamster. Alle Links und Hinweise findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client Eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. Wir dürften uns natürlich auch gerne mal eine Serienempfehlung hinterlassen. Also falls ihr jetzt was gesehen habt, ihr kennt ja jetzt, glaube ich, nach der ganzen Zeit, nach dem mittlerweile jetzt sechs Staffeln Serieneintopf, glaube ich, unseren Geschmack. Und wenn ihr eine Empfehlung für uns habt, von der ihr glaubt, dass sie uns gefallen könnte, immer her damit. Wir sind dankbar für jeden Hinweis, für jeden Tipp, den wir noch nicht kennen. Ich bin ja froh, hier eine Frau zu haben, die immer am Puls der Zeit ist und immer mit neuen Serienempfehlungen daherkommt. Und da bin ich eigentlich nie unterversorgt. Wir sind da eigentlich selten unterversorgt. Und das Kino geht ja momentan nicht. Also sind wir froh, dass es so tolle Serien gibt. What a time to be alive. So schön heißt. Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ja, danke. Und ja, mit der nächsten Kinoepisode wird es wohl noch ein Weilchen dauern. Ja. Also ihr habt ja jetzt genügend Episoden nachzuhören. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Bleibt gesund. Oh ja, bleibt gesund. Bleibt uns erhalten. Bleibt uns erhalten. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.